Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin froh, dass er es gefällt. Es war ein guter Rennen. Ich glaube, am Anfang der Rennen ich benutze Push-to-Pass um den Vektor zu entfernen. Daher musste ich weiterholten, durch die Qualifikationen Rennen und mit zwei Rennen hatte ich ein guter Margin. Ich habe einfach den Rennen um die Rennen zu Ende, aber ich bin sehr glücklich. das erste Rennen, das erste Wunsch. Ich freue mich auf das gleiche Mauer. Ich denke, dass er nicht denkt, dass er besser als alle. Er hat hierher gelernt, er hat immer mehr Interaktiv. Er ist eine sehr gute Rennen und es ist gut zu fahren. Ich habe gehört, dass er etwas schlecht ist, aber es wird morgen, wenn er sich sehr gut ist. Es ist mein erstes Podium, ich bin sehr glücklich mit der Rennen. Ich hatte einen sehr guten Start von P3 bis P2 in der zweiten Rennen. Dann konnte ich meinen Platz bis zur Schlussfolgerung halten. Es war eine sehr gute Rennen. Wir haben eine gute Arbeit gemacht und dann sind wir jetzt im Qualifier auf 4 und 3 gefahren und am Start gleich die wichtige Position gut gemacht, was dann ausschlaggebend war, dass wir den dritten Platz ins Ziel bringen konnten und damit bin ich sehr zufrieden. Natürlich ist sein erstes Autorennen, was er jemals gefahren ist. Er war mit uns bei den Testtagen in Ostersleben und von daher kann man eine richtig gute Steigerung bei ihm sehen und jetzt kann er ja schon mit dem hinteren Mittelfeld vom Feld mithalten und da würde ich mal sagen, also Hut ab, macht er recht gut die Sache. Amen. Amen.